Teilweise zerkautes Fragment einer unidentifizierten, kostarikanischen Echse. Sie meinte, es sei eine grüne Echse gewesen. Etwa so groß wie ein Huhn oder eine Krähe. Von einer solchen Echse habe ich noch nie etwas gehört. Haben Sie in Ihrem Krankenhaus noch von anderen Echsenwissen gehört? Fragment wurde am 16. Juli am Strand von Cabo Blanco entdeckt. Sie sollen das Unmögliche versuchen. Es geht um das Klonen von Reptilien. Mein Gott! Es gibt ein Problem mit dieser Insel. Ein Unfall, der nur darauf wartet zu passieren. Laden! Das wird sie auf Trab bringen! Haltet euch fest! Tut was! Tut doch was! Die Tatsache bleibt, dass alle Tiere weiblich sind. Sie können sich nicht vermehren. Was soll denn das? Verdammt, alles im Eimer! Jetzt sind wir in ernsten Schwierigkeiten! Willkommen im Jurassic Park! Wolff werfen! Was soll der Ausfüllen? Das ist irgendwie nicht so gut. Was soll das?